Deutschland, ZOM, wer ist das? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht's weiter mit Pac, unbedingt Freunde, denn ich hab die Weekend League die Woche wieder gespielt. Und wir schauen mal so, was ich geschafft habe. Ja, weltweit 39. in der Top 100, Freunde. Ich hab 38, 2 Gold, 2 Niederlagen hatte ich leider. Hier haben wir ein ultimatives TDW-Set, 300 Carsets und 150.000 Münzen noch dazu. Ich bin mal gespannt, was wir die Woche ziehen, denn letzte Woche haben wir leider Scheiße gezogen. Und ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt und bin auch heiß auf die Packs. Mal schauen, wir fangen mal hier direkt auch natürlich mit den 100 Carsets an und öffnen mal. So. Was haben wir so da? Oh, das ist so eine rote Karte. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Portugal. Wer ist das denn? Linker Verteidiger und wir ziehen hier Vierinha. Okay, Vierinha. Es ist Man of the Match, glaube ich, die Karte. Weiß ich jetzt auch nicht. Schreibt mir unten in die Kommentare, was das hier für eine Karte ist, Freunde. Ich hab keine Ahnung. So, wem haben wir noch? Ja, Jura Mario. Nichts Besonderes. Alle in dem Verein. Und wir ziehen mal direkt hier weiter, Freunde. Wir haben noch 200 Carsets. Wir öffnen mal jetzt. Mal sehen, was wir noch so ziehen werden. Und es ist also ein... Okay. Schneiderlohn. Scheiße. So. Was haben wir noch? Alles in dem Verein. Wieder wirklich scheiße gezogen. Mama Mama Mana. Wie hieß der denn, Alter? Alter Schwede. So, 100 Carsets haben wir noch und wir öffnen direkt mal weiter, Freunde. Kommt. Yay, gib mir doch was. Junge, 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 Junge. In Form. Und wem ziehen wir? Spanien. Kann nur scheiße sein. Und es ist nur scheiße. Ja. Es ist einfach nur scheiße und Rodrigo ist da. Scheiße und scheiße und es wird immer noch mehr scheiße. Rodrigo, 40 Spiele umsonst, Freunde. Bis jetzt. 40 Spiele umsonst, Freunde. Bis jetzt. So, Freunde. Das wichtigste Set hier. Team der Woche-Set. 6 Tots-Spieler, ja. Bis jetzt, was alles noch rauskam. Ich bin richtig gespannt, wem wir ziehen werden. Denn wir haben letzte Woche einfach nur scheiße gezogen. Und ich will die Woche wirklich was Geiles ziehen. Und ja. Soll ich jetzt öffnen? Ich öffne. Den ziehen wir jetzt. Komm. Gönn mir. Yay. Deutschland. ZOM. Wer ist das? Reus, Digga. Wunder, Reus. Reus, Digga, Mann. Krass. Hey, krass. Okay. Gönnst du dir, Bruni? Wunder, Reus, Bruder. Hey. Krass. Geil, Alter. Was kostet der, Digga? Am Anfang war er 800 oder 1 Million oder so. Boah, okay, Bruder. Ich bin... Ey, Digga, Reus einfach, ne? Krass. Krass. Ohne Scheiß. Ey, ich dachte so, Deutschland kommt so jetzt. Ja, ja. Ich hatte auch so schlechte Laune schon, aber... Konnte ich auch weiter, er hatte 96. Digga, wir haben einfach Reus gezogen. Krass. Wie haben wir noch da? Aspas, Piquet, Sané. Sterling. Sterling, Sonn, Alter. Du hast mal gucken. Alter, Junge. Das ist krass. Oh, Ipana, Bruder. Reiß wir gleich. Oh! Krass. Oh mein Gott. Krass, krass. Aspas, Piquet, Sané. Jawoll. Du bist so 200, oder? Ja, reicht, Bruder. Du hast jetzt 200. Und Sterling ist auch so, glaube ich. Äh... 2 Millionen. Krass. Ey, easy. 2 Millionen, glaube ich, oder? Ah, Alter. Wir haben noch 150.000 Münzen bekommen dazu. Scheiße, Alter. Oh, schmeckt gut, schmeckt gut, Digga. Schmeckt gut. Oh mein Gott. Ja, Digga. Weiß. Ganz gezogen. Krass. So, Freunde, das war's für den Video. Auf jeden Fall, checkt das Video bei Sacko ab. Gleichzeitig auch auf seinem Kanal. Jetzt online. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.